Hey Mann, dein Rufzeichen ist Ruin. Der Kletterhaken macht dich zu Tarzan, Mann. Damit kommst du schnell durch deine Umgebung. Wenn du einen Schwerkraftslamm richtig einsetzt, neutralisiert er alle Feinde im Explosionsradius. Abgefahrene Name, abgefahrene Fähigkeiten. Jetzt geh und ruinier dem Feind den Tag. Aggression, übertriebene Gewalt. Das nenne ich eine geile Party. Kletterhakenpistole. Lässt dich große Distanzen überwinden. Versuch's mal. Du bist ein Naturtalent. Und jetzt klinke den Haken am Boden ein. Du bist ein verdammter Kletterhaken-Schütze. Macht Spaß, was? Feuere einen Haken auf das Ziel da drüben. Ja, siehst du den roten Kreis? Du bist außerhalb der Reichweite. Kein rot? Dann kannst du starten. Halt die Kletterhakenpistole bereit. Okay, zum Kletterhaken. Weiter mit Phase 2. Nächste Markierung. Los. Mister Rundumblick. Orte für deinen Kletterhaken gibt es überall. Nutze sie zu deinem Vorteil. Zu weit zum Sprengen? Ein guter Ort für deinen... Du schaffst das schon. Okay, Schütze. Gut gemacht. Bin beeindruckt. Mal sehen, ob du den Schwerkraftslam beherrschst. Diese Schwachköpfe da drüben stehen ziemlich eng beieinander. Die schreien ja quasi. Bitte macht uns alle auf einmal platt. Das war lässig, was? Ruined. Echt krassen Scheiß. Oh, und ich hab noch eine Info für dich. Der Schwerkraftslam schaltet auch Ausstattung aus. Sie haben ein Stück. Scheiß auch. Finde sie und mach sie frisch. Oh, und ich hab noch eine Info für dich. Gut. Mach dir ein paar draus. Na komm schon. Ruined. Niespick. Der Kletterhaken bringt hier nichts. Der Kletterhaken bringt hier nichts. Der Kletterhaken bringt hier nichts. Na komm schon. Der Kletterhaken bringt hier nichts. Der Kletterhaken bringt hier nichts. Jetzt versuchen wir mal was komplizierteres. Wir können den Kletterhaken mit dem Slam kombinieren. Der Penner da drüben ist ziemlich gewieft. Versteckt sich hinter einem Ballistikschild. Schwing dich mit dem Kletterhaken rüber und verpass seinem Arsch einen Slam. Hau drauf, Mann! Okay, das war der DTKVO. Du weißt, dass das der Todkopf von oben heißt, oder? Okay, du kannst dem Feind nicht nur mit einer Kletterhakenpistole entkommen, sondern auch seine Punkteserie versauen. Eine Hellstormrakete nähert sich. Zeit, ihnen den Tag zu vermiesen. Los, los! Hey, Tod gemacht, Mann! Scheiße gut! Das war also eine Hellstorm. Geile Rakete, oder? Und eine Punkteserie. Und wenn du Feinde umlegst, kriegst du Punkte. Und Punkte ergeben, Punkte Serien. Du musst nur zuerst das Punktelimit erreichen, ohne drauf zu gehen. Oh, eins doch. Mal die Uhr im Auge. Der ganze Scheiß läuft auf Zeit. Rein, Alter! Okay, ich werde jetzt die Klappe halten. Einen Eisdienst, hörst du? Da erklingt der Trauermarkt für eine Punkteserie. Immer weiter so, immer weiter. Los, los, los! Okay, ich werde jetzt die Klappe halten. In einem Eisdiet-Trick, um zu tun, wie du sie platt machst. Vielleicht wurde es auch eine Zigarre. Da hast du sowas von verdient. Aber wirklich! Und jetzt kriegst du deine ganz eigene Hellstorm. Lass es Schmerzen regnen. Hellstorm wartet auf Einsatz. Okay, guter Start. Auf der Sprengkopf noch ein liebevolles Zuhause. Diese Ausrüstung steht hier echt gut. Aber mal unter uns gesagt, kommen mir langsam die Zweifel. Denn du erinnerst mich stark an mich. Verstehst du? Also, hör mir genau zu. Vertrau deiner Ausbildung. Vertrau deinen Waffen. Die Scheiße, die du im Hirn hast, braucht einen Anker. Okay? Wir sehen uns nachher. Kurzende. Ja, ich meine. Überall den Waffen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017